Hallo nochmal, jetzt sind wir wieder die Wanderziegenherde aus der Rhön und ich, die Elisabeth. Im Moment machen wir hier Siesta. Einmal drehen. Ja, wir sind immer noch Bischofsheim, diesmal am Roggenstein. Und wir haben gerade Mittagspause gemacht im schönen, schönen, kühlen, kühlen Buchenwald. Auf meiner Fläche gibt es ganz uralte, schöne Buchen. Das ist wunderbar. Draußen ist es im Moment ganz schön heiß, gleißende Sonne, ganz schöne Hitze. Selbst der Hund hat sich ein schönes Bett gemacht, aber es nützt nichts. Wir müssen jetzt langsam wieder raus auf die Fläche. Ich nehme euch wieder ein Stück mit. Jetzt gucken wir erstmal, ob ich die dazu bewegen kann, mit mir zu kommen, um noch ein bisschen was zu schaffen. Und wenn ich oben bin, dann schalte ich euch wieder dazu, sozusagen. Wie immer mit meinem Handy. Ich wünschte, ich hätte so eine Kamera, die man sich auf den Kopf schnallt. Das wäre bestimmt ganz lustig. Da könnte ich euch viel schönere Bilder noch zeigen. So, Kinders. Jetzt ist Schluss mit lustig, ne? Zick, zick. Wir müssen mal los. Hä? Ja, ist so schön kühl hier, ne? Ja, da kommen sie. So, weiter geht's. So heiß ist es ja jetzt auch nicht mehr. Na, da unten auch. Kommt ihr bitte. Wir müssen noch ein bisschen was schaffen heute. So. Hallo, Äumel, die Bäumel. So. 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 Jetzt. könnt ihr alle da. Einmal durchzählen. So. Na, dann kommt mal mit. Zack, zack. So. Da müssen wir hoch. Geht ihr bitte schon mal vor. Ihr wisst ja wohin. Weiter gehen. So. Komm gleich nach. Super. Genau. Oh je, da ist einer mit Kumpelbein. Da. Ja. Ja, dir bringe ich morgen Traumel mit. Ich hatte nämlich einen dicken Fuß. Wahrscheinlich haben sie sich gekloppt. Ja. Also wenn wir oben sind, melde ich mich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.